Wir sind heute in der Garten Laubedür. Ich möchte uns einen großen Helfer vorstellen. Das ist der Olaf. Die Bernie von der Lebenshilfe hat unsere Maschine Olaf drauf. Sie tut uns viel Arbeit ab mir. Sie hilft uns beim Topfen, füllt Töpfen mit Erde, bohrt ein Loch hinein und schmiesst es wieder raus. Sie stressen uns, weil wir müssen mit der Erde fest schaffen, streng schaffen. Sie verlangt nach Erde, sie verlangt nach Dünger, sie verlangt nach Pflanzen. Wie das abläuft, sind sie in der Geschwindlung. Der erste Job ist, den Topf in die Maschierung zu tun. Schritt 2 ist, Maschine 13 füllt den Topf mit Erde. Als nächstes bohrt die Maschine ein schönes Loch in den Topf hinein, beziehungsweise die Erde. Schritt 4, die zweite Person zum Einsatz, was die Pflänze schön in die Erde rein tut, ohne grob abdrücken. Jetzt brauchen wir die dritte Person, die die Pflanzen rausnehmen und die Palette wieder abgestellten. Und der ist jetzt der strengste Job, weil der ist meistens der Chefjob, der muss die Maschine mit Erde versorgen. Erde auf und zack, in die Maschine. Wenn man so etwas zur Ernährung hat, kommt natürlich ohne den Dünger zur Erde dazu. Und die Maschine mischt das Ganze wieder toll auf. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020